Donald Thompson hat uns leider keine Berichte hinterlassen. Geistmach-Hu, EMF, Räucherstäbchen im Bereich... Donald Thompson. Wir dürfen uns vier Gegenstände errollen. Taschenlampe, UV und Thermo nehme ich jetzt erstmal mit rein. Halt, falsche F-F-F-F-Fate-Petate-Pepa. Wo bist du? Ja, unten. Dann suche ich mir nur noch den Knochen. So, ich würde erstmal sagen, wir haben safe keine Fingis. Ähm. Ja, kann ja nur die Toilette sein. Oh, wir haben gefriert. Ich nehme lieber nur einen dort und zwei Kruzis mit. Wie konntest du sicher sein, dass es unten die Toilette ist? Oben sind doch auch zwei, aber oben ist Badezimmer. Da sind noch, äh, Wannen mit dabei. Hier unten ist nur eine Toilette. So. Es kann ja schon kein Gorio mehr sein. Von daher... holen wir uns unsere Taschenlampe und schauen mal. Ja, der Rewi ist in der Auswahl. Wir können ihn leider nur nicht so sehr gut rausfinden. Jetzt ist halt auch noch die Sache... Oh, süße Axti-Boy! Hallo! Zeig mir deine Dots. Die beiden haben nämlich Dots. Also, haben wir Dots oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Zeig mir deine Dots, lieber Donald Thompson. Zeig mir deine Dots, denn ich will sie gerne sehen. Bitte. Ich sag sogar bitte. Kannst du mir den Gefallen tun? Bitte. Er hat das Kruzzi schon angefressen. Bin ich wirklich schon so tief unten mit meiner Sanity? Er sieht besser aus als der andere Axti-Boy. Ich mag den Axti-Boy. Das ist meine süße Taube. Gibt jetzt nicht viele Möglichkeiten. Und wenn ich ein Revenant habe... Ui. Schwierig. Zeig mir deine Präsenz. Zeig mir deine Dots. Oh, scheiße. Gib mir ein Zeichen. Donald Thompson. Kannst du mir ein Zeichen geben? Das ist nicht das Zeichen, was ich möchte. Ich hab ge... Ui. Ich hab gesagt, das ist nicht das Zeichen, was ich möchte. Junge. Noch einmal das Wasser an. Ich schwör. Du wirst deines Lebtags nicht mehr glücklich. Donald Thompson. Donald Thompson. Kannst du mir ein Zeichen geben? Oh, schwierig. Will er mich nicht handen. Jetzt frisst er erst alle Kruzis auf. Ich hoffe eher, dass er nicht hier anfängt zu handen. Er läuft in die Küche. Donald. 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 Du bist mein süßer Axtimann. Schaut ihn an, wie er mich anschaut. Und mir mein Herz klaut. Denn er ist der süße Axtimann. Ich hab Probleme. Ich weiß. Wie ich euch schon mal gesagt habe, wenn ihr zu dieser Stimme einschlafen könnt... Das Spiel spiel ich nicht noch mal mit dir, Geist. Oh, fuck! Dann hab ich süßen Axtimann. Na, das passt doch. Vielleicht hat er nicht so eine gute Erziehung genossen. Jetzt fang ich schon mal zu lispeln. Das Spiel spiel ich nicht noch mal mit dir, Geist. Sprachenlernen. Babbel. Was bist du für ein fucking aktiver Revenant, wenn du ein Revenant bist? Du bist seit... Was ist denn los mit ihm? Geist! Äh, Donald! 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 You boy! Der ist schon wieder hochgegangen? Are you fucking serious? Ich raste heute noch komplett aus. Ich beende die Runde erst, wenn ich genau gesehen habe, was er macht. Ich glaube, er denkt, ich kann durch den Spind mich in, weißt du, so Fahrstuhl mäßig, stell mich in den Spind und komm dann oben wieder raus, weißt du? Alle rennen mal den Geist weg, Mackie, auf ihn zu. Wie heißt das so? Wie heißt das so? Donald! Donaldius! Donald! Ich bin, wir sind in den Revenant, wir haben einen Revenant, und wir leben in Revenant, da-da-da-da-da-revenant! Ja, verdammt! Ja! 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 Ich habe was werfen gehört. Äh, tschüss Geist! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich darf jetzt übrigens, äh, Überweise suchen. Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Ja, gut, ich darf Scheiß mitnehmen jetzt. Kruzifixe, die draußen in den Boden gesteckt wurden. Ja, ist okay. Rauslaufen. Oh nein, dann noch, dann noch, dann noch, bläh! Wir haben keine Fingis. Dort! Orbs! Wir haben keine Orbs! Wir haben Orbs! Wir haben Orbs! Oh fuck! Bip, 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 bip! Ist okay, Geist! Revenant, Revenant, Revenant! Wer könnte ein Revenant haben? Du bist kein Revenant. Du bist kein Revenant. Safe nicht. Warte, will er mir sagen, dass er ein Revenant ist? Ich habe zwei Revenants an einem Tag? Nein! Hand me! Hand me! Hand me, please! Es ist KM im Weg. Bei diesen Siebengeistern! Da, Siebengeister! Revenant, Revenant! Wir haben schon wieder einen Revenant! Denn wir lieben den Revenant! Da, 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 Revenant! Wir haben schon wieder einen Revenant! Wir haben schon wieder einen Revenant! Was? Was ist denn heute mit Phasmu los? Ich habe überaktive Geister! Ich habe schon wieder einen Revenant! Revenant! Mein Leben ist... Er hat Kruzi angefressen! Bitte schreib ins Buch! Er ist durch Salz gelaufen! Und er hat das Buch geschrieben! Okay, bye! Oh, wir haben schon den zweiten Revenant! Revenant! Wir haben schon den zweiten Revenant! Ich brauche nur einen Revenant, der mein Herz erobert! Mehr brauche ich nicht! David Jackson mag keine Gewalt! EMF und beide Räucherstäbchenaufgaben! Er hat doch schon irgendwas geworfen! Utility! Utility! Haben wir Orbs? Wir haben Orbs! Wie alt bist du? Wie alt bist du? 87! 45 bis 50! Wahrscheinlich eher tiefer! Eher um die 30 bis 40! Ah! 30 war doch ganz gut geschätzt! Okay! Wir haben keine Pillen! Das ist jetzt natürlich... Super Töfte! Hast du Gefriergeist? Hast Gefrier... Bitte schreiben ins Buch! Bitte sei ein Revenant! Hahaha! Bitte sei ein Revenant! Revi, Revi, Revenant! Tschüss! Ein Revenant, der nicht hanten möchte? Es wäre sehr plausibel, wenn es die Revenant ist! I, Minderjährige! Hahaha! Er hat noch nicht ins Buch geschrieben! Aber ich habe auch noch keine Dots! Wir müssen jetzt so machen! So machen! Ja, danke schön! Äh, das sieht so aus, als hätten wir keine Fingis! Ein Revenant, der nicht ins Buch schreiben möchte! Das ist ein Revenant, der nicht im Zutat! Du bist das Kruzifix-Umgang! hey baby das 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 war das war aber sowas von revenant der nicht schreiben möchte warum schreibst du denn nicht warum haben wir in der letzten zeit so viele revenants hat die k mich endlich erhört und gibt mir mehr revenants sandra thompson hat uns keine berichte hinterlassen kruzifix foto vom geist und emf ich bin doch gerade jetzt rein ins haus warte aber das hat okay es waren sogar drei sterne wo bist du garra g er ist in der garra g da fängt der wichser an zu handen habe ich gewundert warum kann ich mein licht nicht anmachen ja toll hat der idiot einfach gehandelt jetzt darf ich ganz in ruhe geister jagen nikto phobie das machen wir sowieso leichtsinnig auch chefkoch machen wir zum schluss wir haben schon ein foto vom geist ich weiß leider nicht welcher geist sein soll ich hab den schlüssel nicht aufgenommen wir haben gefriert ich hab schon wieder orbs und gefrier ich hab schon wieder orbs und gefrier was ist denn diese als hätten wir auf jeden fall schon mal als hätten wir keinen handtu weil keine fingis ich hätte so gerne noch einen denn revenant denn revenants sind super toll und flauschig wir hatten in letzter zeit so viele revenants ich habe angst dass ich irgendwann gar keine mehr bekomme so eine unbeschreibliche freude in mir wenn ich ein revenant habe okay hat noch nicht ins buch geschrieben kann allerdings leider auch nichts anderes machen als hier zu stehen und zu warten hör doch mal auf jetzt ich will wissen was du bist schreib ins buch oder so keine ahnung mann geist sandra thompson kannst du mir okay du bist schon wieder in revenants ich werde jetzt sterben vermutlich vielleicht auch nicht mal gucken isst du bitte das kruzi ich weiß halt nicht wo du gespawnt bist mausi will einfach das kruzi nicht fressen die wird glaube ich auch das kruzi nicht mehr fressen schade safe points benutze ich nicht safe points sind was für pussys da mein revenant 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 wir haben schon wieder nen revenant denn wir lieben den revenant da 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 revenant charles johnson ist langweilig emf geist machu und foto vom geist gib mir ein boner und nen board oh halt wir haben orbs in der lobby da hat es heute schon ein revie ich hatte schon zwei ich habe so bisher auch noch keine fingies gesehen in einer parallelwelt denkt ein unappetitlicher aus menschen bestehender schetter drüber den streamenden käse zu opfern wir können wir haben frieren wir haben keine fingies wait wir nicht haben fingerei wir nicht haben handzug wir nicht haben ob wir haben revenant wir haben das wäre mein dritter heute dann weine ich noch hatten wir zwar keine dots aber er hat auch noch nicht ans buch geschrieben wir haben den revenant wir haben schon den dritten revenant denn wir lieben den revenant da 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 revenant das ist der dritte heute der dritte fucking revenant der dritte revenant was ist heute los das war was was ist was ist denn was ist denn das was was ist das spiel heute so gnädig zu mir heute gibt mir das spiel im letzten stream zwei revenants heute drei revenants ab morgen kriege ich nie wieder in meiner ganzen fassmo laufbahn in revenant oder was was ist denn was ich habe angst dass ich nie wieder ein revenant kriege nach heute sowieso nie also ich bin happy guck mal wir nehmen uns noch seine zeichnung mit wir haben bratwürstchen geil revenant revenant wir haben einen revenant schon den fünften revenant da 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 revenant es wird im prinzip eigentlich nur ein video wo ich die ganze zeit den revenant song singe ich habe revenant nicht eingetragen ist egal ich hatte trotzdem ein revenant ja 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 ja